Zap, moin Leute, wir haben Uri am Start mit einer weiteren Runde sonntags geöffnet. Es ist wieder mal eine Woche vorbei und es ist nicht so viel passiert, wie ich mir gedacht habe. Ich hatte echt mehr gehofft, es tut mir wirklich, wirklich leid. Das heißt, wir sind quasi ein Video kürzer, als es eigentlich hätte sein sollen. Dazu gleich aber mehr. Am Anfang der Woche, ich habe die ersten beiden Tage Schule überlebt. Ich habe ein paar nette Leute kennengelernt, habe herausgefunden, dass es einen Pizzaladen um die Ecke gibt, relativ nah dran. Und dass man, wenn man einen Raucherbereich, also es gibt keinen Raucherbereich auf dem Schulgelände, man darf nur außerhalb des Schulgeländes rauchen. Fair enough, öffentliches Gebäude halt und so weiter und so fort. Dafür muss man allerdings aus dem Haupteingang raus und direkt an dem Haupteingang dran ist eine Grundschule. Und da stehen die ganzen Raucher. Mal ganz ehrlich. Da würde ich die Leute doch eher auf dem Schulgelände oder auf dem Schulparkplatz rauchen lassen, als die Leute vor die Türe zu schicken, da wo die Grundschule ist und da wo die ganzen Grundschüler sind. Hallo, Stadt, Köln, geht's noch? Ganz ehrlich, geht's noch? Vor den Kindern rauchen. Ja, also vor den kleinen Kindern, die noch ihre Meinung bilden und die Erwachsenen noch als Vorbild nehmen und so. Seid ihr bescheuert? Ganz ehrlich, die lernen davon. Die sehen das, die assoziieren das. Ja, Erwachsene rauchen. Dann fangen die nachher auch damit an. Das geht zack, zack, ganz schnell. Und vor allen Dingen die meisten Kioskbesitzer und sowas, die scheren sich in feuchten Trink da drauf. Ob die Kinder rauchen oder nicht. Die verkaufen auch teilweise Minderjährigen, also wirklich Minder-Minderjährigen, ja 14-Jährigen und drunter teilweise. Also ich hab da Geschichten gehört von Leuten, verkaufen die Zigaretten. Das ist böse. Ganz, ganz böse. Darf nicht passieren sowas, okay? Das ist eine richtig, richtig fiese Sache. Macht einen Raucherbereich oder sowas an der Schule, ja? Irgendwie sowas. Aber niemals vor Grundschulen, die Leute vor Grundschulen schicken, um da zu rauchen, das ist wirklich das allerallerletzte. Und da muss die Stadt Köln echt nachbessern. Das geht mal überhaupt nicht. Ja, das war so der Grundeinstieg. Ansonsten haben wir das Alpha-Projekt gemacht. Eine ganz, ganz interessante Sache. Das kannte ich noch von der Schornsteinfeger-Schule. Und da war das halt ein bisschen primitiver. Nicht so arbeitsintensiv. Das war einfach halt, wir haben einen Fragebogen gekriegt und sind dann damals halt, also zur Schornsteinfeger-Zeit, durch die Schule getingelt. Und dann haben wir die Informationen, die wir halt gebraucht haben, angesammelt. Sowas wie zum Beispiel, wie heißt der Hausmeister und wo ist er zu finden? Wie heißt der Schulleiter? Wie heißt der stellvertretende Schulleiter? Wo ist das Sekretariat? Wo sind die Klos? Wo kriegt man Kaffee her? Wo kann ich parken? Und wie heißen unsere Lehrer? Und sowas halt, ne? Und jetzt auf der Fachinformatikerschule war das Ganze ein bisschen komplizierter. Da ging es nicht einfach nur darum, rauszufinden, wo was auf der Schule ist. Klar, das war eine Gruppe. Die musste rausfinden, damit die ganzen Sekretariatzeug und Steckbriefe für die Leute erstellen. Wer ist das? Was macht der? Und warum ist der wichtig für uns? Beziehungsweise, was kann er für uns tun? Das mussten ja mit den ganzen verschiedenen Lehrern machen und sowas und halt auch mit dem Sekretariat und so. Dann gab es noch die Gruppe, die halt dafür zuständig gewesen ist, den Inhalt von den Prüfungen und sowas rauszufinden. Das heißt quasi, welche Anforderungen werden an uns gestellt bei der Abschlussprüfung? Was ist wichtig für uns? Wer prüft uns? Wann werden wir geprüft? Und sorry, in welchem Umfang und sowas. Dann gab es noch die nächste Gruppe, da war ich mit drin. Wir sollten Schülerprofile erstellen, also quasi von den Klassenkameraden von uns. Von denen ein Foto machen, dann halt ein paar Fragen stellen zu der Persönlichkeit von denen und sowas. Uns ein bisschen was mit denen unterhalten. Über Hobbys und all so ein Quatsch. Und das Ganze haben wir dann halt in eine PowerPoint-Präsentation gesteckt. Reden wir doch für einen Moment in ganzen Sätzen. Das war ganz interessant und amüsant vor allen Dingen. Und das, ja, ein bisschen komisch gewesen ist. Alles in allem, aber sind die Leute relativ nett. Unser Klassenlehrer hat nicht unbedingt so die Lust. Das scheint auch irgendwie das letzte Jahr zu sein, an dem er lehrt. Oder das vorletzte. Ne, warte, das drittletzte, weil er zieht uns noch mit durch. Und wir haben Sport. Interessanterweise macht mir das sogar Spaß. Ich habe Schulsport immer verabscheut wie sonst noch was. Aber ich muss sagen, dieser Lehrer hat Ahnung und der weiß, was er tut. Und wir machen nicht dieses dämliche Notensport, wo quasi jeder die gleiche Leistung bringen muss für eine Note. Sondern wir machen individuell Sport. Das heißt quasi, wir müssen uns selber einschätzen und an die Limits bringen. Und wenn wir halt irgendwas nicht können oder irgendwas nicht ganz klar ist oder sowas. Oder wir halt eingeschränkt sind in dem, was wir tun. Dann müssen wir halt zu dem Lehrer hingehen und ihm sagen, pass mal auf, so und so ist das. Das kann ich nicht. Weil das sind deswegen so und so. Ich mache das mal eben hier und hier und da und da. Und guck mal bitte. Und so ein Quatsch halt. Hat Dehnübungen und sowas mit uns gemacht, die man auch im Büro benutzen kann. Was ganz interessant und nett ist. Da ich doch jetzt mittlerweile 24 Stunden am Tag eigentlich nur noch liege und sitze. Mit zwischenzeitlichen Toiletten, Kühlschrank und zum Auto gehen. Sozusagen. Das ist halt, wenn man ITler ist und dann auch noch Zocker und YouTube-Videos macht, sitzt man halt den ganzen Tag vom Rechner. Und da ist es ganz praktisch halt zu wissen, was für Übungen man machen kann. Dehnübungen halt vor allem für die Nackenmuskulatur und sowas, damit man halt keinen steifen Nacken kriegt. Das tut nämlich böse weh. Deswegen ist das Ganze halt richtig geil gewesen. Und was sonst noch die Woche übergelaufen wäre, theoretisch, also ganz, ganz theoretisch, das wäre heute gewesen. Also Samstag, nicht. Also ihr guckt das jetzt am Sonntag, also für euch gestern. Ihr könnt aber heute auch immer noch hin. Das ist MVD. Military Vehicle Drivers Koblenz. Quasi, ja, Geschichts- und Historientreppen. Da gibt es dann halt alle möglichen Fahrzeuge, Kettenfahrzeuge, Halbkettenfahrzeuge und normale bereifte Fahrzeuge, Transporter und all sowas werden da halt gezeigt. Da werden auch Waffensysteme und sowas gezeigt und all so ein Quatsch halt. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich interessant. Und da wollte ich eigentlich unbedingt hin. Alles mit entmilitarisierten Sachen und sowas. Klar, weil es halt Privatsammlungen und so. Aber allein die Hülle und Fülle an Vehikeln und Systemen und was da nicht alles da gewesen ist, ist einfach massiv. Ja, also da wollte ich unbedingt hin. Ganz, ganz dringend. Aber mein liebes Auto hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wer auf Twitter gelesen hat, der hat gemerkt, ich wollte eigentlich losfahren und habe dann gemerkt, mit meinem Auto stimmt irgendwas nicht. Und quasi, ich habe mein Auto angemacht und das Radio hat nicht funktioniert. Die Heckscheibenbeheizung hat nicht funktioniert. Meine Blinker haben nicht funktioniert. Und noch irgendwas hat nicht funktioniert. Ich weiß aber gar nicht genau, was ich glaube, das Standlicht oder das Aufblendlicht. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat eine ganze Menge Zeug nicht funktioniert. Und das hat mich ziemlich stutzig gemacht. Abgesehen davon, dass mein Auto irgendwie komische Geräusche gemacht hat. Bis ich dann gemerkt habe, dass der Schlüssel in der Position, in der ich ihn quasi losgelassen habe, stehen geblieben ist. Und das bedeutet so viel wie, da ist irgendwo ein Federmechanismus gebutt. Riesesache. Ja, deswegen und weil ich dem ganzen Elektronikzeug nicht traue, weil ich habe nämlich keine Lust, mitten auf der Autobahn nach Koblenz zu sein oder auch von Koblenz auf den Weg zurück. Und mittendrin geht mir die Elektronik flöten und dann ist dein Auto auf einmal mitten auf der Autobahn aus und die Servo funktioniert nicht. Und dann versuche ich mal ohne Servo so ein Auto an den Straßen anzubringen, während du auch noch die ganze Zeit langsamer wirst, kontinuierlich. Und der Verkehr um dich herum brummt und dröhnt. Bin mir nicht mal mehr sicher, ob man dann überhaupt noch den Warenblinker anmachen kann. Äh, ja, nicht so gut. Deswegen habe ich das einfach kurzerhand gelassen. Ich meine, ich liebe mein Auto, ich vertraue meinem Auto mein Leben an, auch wenn es eine uralte Schüssel ist. Äh, Audi 80, Baujahr 91. Und das Teil halt irgendwie immer Dauer kaputt ist, irgendwas ist immer. Ähm, habe ich mir gedacht, nee, mach's immer lieber nicht. Und, ähm, es hat sich herausgestellt, dass es ein Teil von, äh, vom Zündschloss ist. Quasi nicht das Zündschloss selber, sondern der Stöpsel da hinten, also dieser Stecker, der da hinten draufkommt, ähm, der ist gebrochen an einer Stelle. Und dementsprechend hat das Teil halt, äh, die Federung, die da drin ist, eigentlich, hat den Geist aufgegeben und deswegen hat das dieses Problem. Ich kann den Schlüssel manuell zurückdrehen in die richtige Position und dann habe ich auch wieder die, äh, die Blinkanlage und mein Radio und alles, äh, an der Hand. Aber ich traue dem Ganzen doch nicht. So, ganz leider hatte der Autoteilehändler, den ich sonst immer besuche, der Audi Teilehändler, ähm, schon zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich da aufgeschlagen bin. Äh, deswegen muss ich das Montag machen, quasi am Schultag. Das heißt, ich fahre Montag morgens dahin, bestelle die Teile und die sind dann mittags, nachmittags da. Das heißt, wenn ich dann von der Schule nach Hause komme, kann ich die Dinger direkt abholen, verbauen und dann hat sich die Sache schon erledigt damit. Es ist nur schade, dass ich halt nicht beim MDV Koblenz dabei sein konnte. Vielleicht in Zukunft nochmal, es dürfte ja nicht wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass das Ding hier auftaucht. Ja, also, richtig geil, wäre ich gern da gewesen. Konnte aber leider nicht beim nächsten Mal und dann gibt es natürlich auch das passende Video dazu. Ähm, hoffe, dann funktioniert mein Auto, denn, äh, das hat es doch schon des Öfteren Mal geschafft, mich in Unsinn, äh, umsäglichen Situationen stehen zu lassen, hier und da, äh, aber trotzdem liebe ich es einfach. Es ist recht zuverlässig, ähm, und bis jetzt war nie irgendwas so Kritisches, dass ich es wirklich habe stehen lassen müssen. Absolut. Ähm, und, äh, was ich mir vorhin erst wieder angeguckt habe, ein bisschen, ein bisschen out of context jetzt hier, aber es passt eigentlich nirgendswo genau rein, deswegen mache ich es jetzt einfach zwischenzeitlich. Äh, habe ich eine alte Animation mal wieder angeguckt, einen alten Animatic, und zwar, There She Is Complete Version in 4HD von, äh, Samba, X, Samba, 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 K, oder sowas? Samba, 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 K, ich habe keine Ahnung, kann ich eigentlich aussprechen. Ähm, das Ganze ist auf koreanisch, aber davon müsst ihr euch nicht abschrecken lassen, ich kann nämlich auch kein einziges Support davon, muss man auch nicht. denn der Animatic ist quasi stimmlos, einzig und allein die Musik ist halt vokal teilweise und die Animation ist halt einfach selbstsprechend. Mit der Musik zusammen ist das echte Auf und Ab der Gefühle richtig, richtig klasse, hat auch immer noch, wie ich finde, ziemlich aktuellen Charakter, nicht mehr unbedingt in Hinsicht von Deutscher darf kein Italiener lieben oder irgendwie sowas, also wenn man das schon mal kriegt, sondern hat zum Beispiel auch Liebe zwischen Schmulen oder sowas. Es geht einfach darum, dass es quasi zwei Rassen in Anführungszeichen an die Katzenrasse, einmal die Hasenrasse und eine Häsin verliebt sich in eine Katze und ja, dann kommt das Ganze drunter und drüber und höh und hot und rauf und runter und die Gesellschaft spaltet sich dann zwischen Leuten, die Interspezies-Liebe befürworten in diesen Animatic und die halt absolut dagegen sind, die müssen halt dann dagegen anstehen und sowas. Es ist ziemlich genial gemacht und das kann man so ziemlich auf die Gesellschaft auftragen. Also in der teilweise auch Flüchtlingsdebatte, in der Debatte rund um wen darf man lieben und wen nicht, weil das ist auch immer eine Frage der Gesellschaft, wenn ihr in ein anderes Land geht zum Beispiel, dann kann das komplett anders sein als hier, weil es gibt nämlich auch noch Gesellschaften, da darf zum Beispiel ein Mann mehrere Frauen haben, was in Deutschland verboten ist, soweit ich weiß, glaube ich zumindest. Also ich meine mehrere Frauen im Sinne von mit mehreren Frauen verheiratet sein und sowas. Ich meine, welcher Mann tut sich sowas an, aber sowas gibt es halt. Es geht auch andersrum, das gibt es auch. Und dieser Animatic greift halt so diese generelle Frage auf, ist es in Ordnung, dass man lieben darf, wen man will oder nicht? Persönlich würde ich sagen, ja klar, man kann lieben, wen man will. Es ist vollkommen egal. Aber es gibt auch viele Leute, die halt anderer Meinung sind und deswegen passt diese Animation so ziemlich, ziemlich fett auch in diese Zeit halt mit rein. Abgesehen davon bin ich im Hintertreffen mit den Aufnahmen. Ich könnte kotzen. Ich habe letzte Woche, also die Woche über jetzt, habe ich es mit Ach und Krach hingekriegt. Ihr habt es wirklich mitbekommen, bei vielen Sachen sind keine Thumbnails mit dabei gewesen. Ich habe es mit Ach und Krach so geschafft, die Videos noch fertig zu machen und alles irgendwie hinzukriegen und unter Dach und Nacht zu bringen. Und ich hoffe, dass ich jetzt es hinkriege, a, die Thumbnails nachzureichen, b, die Verlinkung der Videos am Ende von den Minecraft-Videos, diese Endcard quasi, das alles nachträglich noch zu machen. Dann schon mal für Montag auf jeden Fall das World of Tanks Replay fertig zu machen, beziehungsweise eine Live-Aufnahme, je nachdem, worauf ich Bock habe. Wobei es wahrscheinlich auf dem Replay hinausläuft. By the way, ne, nicht vergessen, dotreplace.com oder EU könnt ihr eure Replays hochladen von World of Tanks und mir anschließend dann über YouTube zum Beispiel oder vielleicht auch über Twitter mittlerweile oder halt per E-Mail, Link dazu, also Link zu E-Mail, Twitter und sowas halt, und in der Videobeschreibung, äh, Videobeschreibung, sorry, ähm, das hilft mir halt eine ganze Menge, da muss ich halt nicht immer so viel selber und all so ein Quatsch und ich hab Material, auf das ich zurückgreifen kann. Wenn man Notarmann ist, das wär also richtig geil von euch, wenn ihr sowas machen würdet. Ähm, gibt's schon ein paar Leute. Nochmal ein dickes Dankeschön an Mr. Merp, an O'Hare und, äh, auch an Darkie und Lord und an Wookie, die alle schon eingereicht haben, unter anderem auch an Gairune, von dem ich allerdings in letzter Zeit seltener was gehört habe. Aber, das wird schon was wieder. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin einfach so im Hintertreffen mit den, äh, mit den Videos, weil dadurch, dass ich die Endcard bei Minecraft mache, ähm, muss ich quasi vorher immer die drei vorherigen Videos, quasi, äh, Black and White World of Tanks an dem einen Tag und dann, äh, an dem Tag, wo Minecraft kommt, halt noch Discworld. Und die drei Videos plus das vorherige Minecraft kommen halt immer in die Minecraft Endcard rein, also Szenen daraus. Wer das schon mal gesehen hat, ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn nicht, äh, checkt mal Minecraft aus. Endcard ist geil. Ähm, und dementsprechend müssen die Videos halt bereits fertig sein, damit ich die Videoausschnitte daraus nehmen kann, um die Endcard zu produzieren, die dann anschließend in das Video mit eingebaut wird. Habe ich diese Videos nicht, kann ich die Minecraft-Folge nicht fertig machen. Das heißt quasi, ich würde gerne ein bisschen vorproduzieren, um mich ein bisschen was zu entlasten, um ein bisschen Freiraum zu haben, um halt ein bisschen was auch zu spielen und nicht nur aufzunehmen, um Minecraft, äh, beziehungsweise World of Tanks zu machen, vor allen Dingen World of Tanks, weil die anderen Sachen kann ich ja Pre-Recording machen und sowas. Ähm, das ist halt ein bisschen freaky. Deswegen möchte ich halt versuchen, eine Woche Vorlauf zu haben. Ähm, aber wie gesagt, es klappt halt nicht immer und, äh, meine Faulheit siegt es öfteren. Deswegen, ich bin halt einfach nur Crap. Äh, äh, das kann ich nicht ausdrücken. Ich bin einfach scheiße. Ist halt einfach so, Tatsachen müssen halt ausgesprochen werden. Ich bin scheiße. So, haben wir das geklärt. Ähm, das war's von meiner Seite aus. Äh, und auf diesen, auf dieser großen Bombe hier, äh, lass ich, lass ich dich einfach mal hocken. Und, äh, wünsche dir viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.